Fliegen wird heuer wohl deutlich teurer werden. Zugleich müssen sich die Passagiere weiter auf Flugabsagen einstellen, denn das Personal wird knapp bleiben. Europas Luftfahrt hat im Vergleich zur internationalen Konkurrenz hohe Personalkosten und wenig Anreiz, zusätzliches Personal einzustellen. Die Fluglinien müssen sich trotz höherer Einnahmen auf das dritte Jahr in Folge mit Verlusten einstellen, heißt es in einer Analyse der Allianz Trade und des Kreditversicherers Accredia. Bis Jahresende 2022 dürften die Preise für Flugtickets wohl um ein Fünftel höher sein als ein Jahr davor und der Höhepunkt bei den Preisen dürfte erst im ersten Quartal 2023 erreicht werden. Die Nachfrage dürfte dennoch hoch bleiben. Viele Reisende würden beim Quartier oder der Dauer des Aufenthalts sparen, um sich den teureren Transport leisten zu können. Aus Sicht der Analyse bringt die von der EU geforderte Umstellung auf CO2-armen Transport noch größere Herausforderungen als die Corona-Krise. Die Bahn habe als Konkurrenz in der Pandemie Marktanteile gewonnen. Dem Schienentransport helfe einerseits, dass praktisch alle Gesellschaften staatlich sind und sich daher günstiger finanzieren können und andererseits, dass ein steigendes Umweltbewusstsein mehr Menschen motiviert per Bahn zu reisen. Dagegen müssten die Fluglinien massiv in neue Flugzeuge oder CO2-freien Treibstoff investieren. Dazu fehlen ihnen aber derzeit die Mittel. Die Umweltanforderungen der EU bedrohende Gewinnmargen der Fluglinien heißt es in der Analyse, die Anforderungen bis 2035 20% erneuerbare Treibstoffe beizumischen, werde den Preis für Flugbenzin um 30% erhöhen. Das für 2045 vorgegebene Ziel von 38% Beimischung würde die Kosten um 57% erhöhen. Dabei wenden jetzt schon die Fluglinien für Treibstoff 25 bis 30% der Einnahmen auf. Um die Kosten unter Kontrolle zu halten, müsse die öffentliche Hand für günstigeren und gut verfügbaren grünen Flugtreibstoff sorgen.